. 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 Wir haben soeben einen Schreckladen geborgen. Ich hab dich auf den Fall rausgezogen. Der Wind hat einen Hinkzahnsoldat! Scheiße! Scheiße, helft mir! Ich bin geliefert! Hilfe! Einer unserer Leute hat einen Sprengsatz besorgt. Achtung, werfe Granate! Wir sind bereit, Biddy! Halt erledigt! Halt erledigt! Wir gehen vor! Los! Wir haben einen Sprengsatz geborgen. Wir haben keine Chance! Achtung, Ziel Anton ist jetzt scharf. Wir haben die Chance zerstört! Wir haben die Chance zerstört! Wir haben die Chance zerstört! Wir haben soeben Sprengsätze geborgen. Letziger Schuss, Soldat! Verblut! Helft mir verdammt nochmal! Wir haben die Chance zerstört! Wir haben die Chance zerstört! Hilft mir jemand? Ja! Sanitäter! Ah! Jetzt! Garnate! Garnate! Schönen Sie mir! Garnate! Garnate! Runter! Sieht doch nicht aus, ich merke! Wir haben einen Sprengsatz. 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 Wir haben einen Sprengsatz an Zielwerfer platziert. Wir haben einen Sprengsatz. 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 Wir haben einen Sprengsatz geborgen. Wir haben einen Sprengsatz geborgen. Wir haben einen Sprengsatz geborgen. Die deutsche Verteidigung bei Halfaya war außergewöhnlich gut vorbereitet. Wir konnten zwar einige ihrer Kanonen ausschalten, aber wir werden für unseren Hauptvorstoß dennoch teuer bezahlen. Ich rechne mit Verlusten. Dennoch müssen wir angreifen. Unsere Kameraden in Tobruk zählen auf uns. Early in demonstrate wie vieles mit Vertrauen instattet, Und Däugig vom Geburt jetzt. Immer wieder an den Sprengsatz geborgen. Das war die ganze Zeit. Man muss nur ein Sprengsatz geborgen. Das war die ganze Zeit. dass wir die Manifest das Wort geben steuern. Wir werden jetzt nehmen. Wir werden einen Sprengsatz geborgen. Wir werden deinen Sprengsatz geborgen. Untertitelung des ZDF, 2020